Oh so, so YouTube. Hallo, herzlich willkommen zu Geotastic. Wir sind wieder dabei und wollen herausfinden in drei Runden mit unendlich viel Zeit, wann und wo wir genau sind. Wir werden irgendwo abgesetzt auf Google Maps und werden genau mit Hinweisen die exakte Position bestimmen und ich würde sagen, wir legen los und versuchen die 18.000 Punkte zu bekommen mit Runde 1. Jetzt. Rein da. Oha. Oha, wer ist er denn? Nicht angreifen. Bitte friedlich sein. Uh, krasser Startpunkt auf jeden Fall. Er hat sogar einen Hund dabei. Hallöchen. Und hallo Maxim. Willkommen, willkommen. Ja, Südkorea, Japan, Taiwan, irgendwie so. Dü, 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 dü. 3, 1, 6, 4. Wir sind mitten im Dschungel. Im Hochland irgendwo. Oh mein Gott. Wenn das hier eine Straße ist, ja, ich wollte gerade sagen, das ist ein Wanderweg, nicht? Okay. Okay, wir fahren mal lieber nicht in so Seitenstraßen. Wir versuchen mal der Hauptstraße zu folgen. Das wäre schon sehr, sehr gut, wenn wir das, äh, machen. Und dann gucken wir mal, wo es uns denn hinführt. Und danke für vier Markig-Bewertungen. Immer wichtig und richtig. Ähm, und das Codewort für heute, wenn ihr irgendwo kommentieren wollt, egal auf Threads, YouTube, Instagram, äh, oder sonst wo, würde ich sagen, nehmen wir einfach das Codewort Welt. Und, äh, kommentiert einfach mit Welt, dann weiß ich, ihr habt hier zugeguckt. Und, ja, Brawlstar zusammenspielen, spiel gar keine Handy-Games. Ich weiß nicht mal, was Brawlstar ist, aber, äh, ich weiß immer, da machen ganz viele Streamer für Werbung, aber das, sowas spiel ich nicht. Wir spielen Geotastic, wie Samulu. Äh, warum geh ich auf Deutschland? Äh, hier, Samulu. Das sieht mir, ich weiß nicht, sieht das nach Korea aus? Ich bin nicht so auf dem, es ist Taiwan, nicht? Es könnte japanisch 20 sein oder hier. Aber von den, hier wäre die 20. Das wäre ja ein Lucky Shot, wenn das jetzt passt. Das kann nur hier sein, nicht? Island Highway. Wo trifft der denn? Hier, Shashang. Sind hier Berge? Hier, der würde, der würde auch durch die Berge gehen. Und, Samulu und Wulu. Sehen wir das? Samulu und Wulu. Ah, die stehen wahrscheinlich nur mit ihrem asiatischen Namen dran. Das kann ich natürlich nicht lesen, nicht? Für mich ist das einfach nur ein Fleck. Ich frage mich immer, wie ältere asiatische Menschen diese kleinen Striche noch auseinanderhalten können. Wahrscheinlich als Erfahrungssache, nicht? Aber, ich würde es nicht hinkriegen. Jetzt schon nicht mehr. Da wären wir schon in Kishang. Hm. Ich könnte mal gucken, die 20 in Japan. Ob die besser passt, wenn ich die finde. Xinwu. Das passt irgendwie alles nicht. Okay, dann gucken wir nochmal. Aber für Japan finde ich es fast zu, zu ungepflegt hier wieder. Und in Japan stehen eigentlich immer die blauen Sachen oben und nur in Taiwan hier unten. Sieht doch nicht nach japanisch aus da oben, oder? Die Zeichen, die sind viel zu eckig. Die japanischen sind eher abgerundet. Hier ist die 10. Und es hieß ja Sousan Island Highway. Und in Japan geht die 58 über die Inseln. Und wenn Sousan, dann müsste ja das vielleicht als Island gelten. Hier ist zumindest die 200. Hier haben wir noch 300. Nicht, dass das hier so eine Seiteninsel ist. Die ich nicht kenne. Das wäre halt auch blöd. 204. Ist jemand von euch Asienurlauber? Und fährt oft nach Taiwan. Und kann die Schrift auseinanderhalten. Das die 10 wieder. 30. Aber eine lokale. Ne, wir suchen ja die globale. Okay, ansonsten wäre Sousan Island. Könnte noch das sein als Haus. Aber hier haben wir nur die 55. Und die 11. Das die 2. 25. 24. 42. Ich glaube Japan passt nicht. Oder das könnte noch Sousan sein. Wenn man von der nördlichen Insel aussieht, ist das hier südlich. 37. Ne. Oder ist es hier Südkorea und diese Insel. Aber die haben ein anderes Straßensystem, nicht? Von den Bezeichnungen. Diese blauen Dinger, die wir gesehen haben. Das kann eigentlich nur hier passen. Dann müssten wir aber genau hier irgendwo sein. Wahrscheinlich sogar. Wir sind nördlich gefahren. Das heißt, wir würden hier starten. Und wären jetzt hier irgendwo angekommen. Aber dann müsste das hier. Die 20 ist eine riesengroße Straße. Das würde uns auffallen. Hm. Ich meine, schön ist es ja. Schön bewachsen. Fluss haben wir auch. Der ist östlich. Der sieht klein aus. Ist aber nicht immer klein. Okay. Wichtige Information. Er ist auf jeden Fall in Schluchten. Also vom Gefühl her hätte ich auf jeden Fall eher Taiwan. Von der Schrift her, von den Autos her. Kann ich trotzdem total daneben liegen. Japan hat mich schon zweimal komplett reingejagt. Weil ich dachte, boah, so dreckig kann es gar nicht sein. Und dann war es so gesüft und trotzdem Japan. Das ganze Land ist halt auch nicht einfach perfekt. Und Taiwan sieht meistens eher ein bisschen runtergekommen aus. Aber dann kann es auch wieder ganz anders Ecken geben. Wo es wieder total, ja, penibel ist. Nicht wahr? Nur wenn man immer in Geotastic nur an einer bestimmten Stelle startet. Okay. So ist es nur in Taiwan. Das heißt, wir sind auf der 20. Jetzt ist die Frage. Wir sind nicht auf einer Autobahn. Ja. Die ist mir ein bisschen zu dick halt. Das ist ja eine Ein... Die hier ist doppelt. Und wir sind auf einer einseitigen Straße. Das kann also nicht passen. Hier wird sie zu einer einspurigen. Das heißt, wenn wir bei ihr sind, müssen wir hier hinten sein. Aber da sind wir ja schon in der Stadt. Und die 20 geht hier und fängt hier an, an diesem Kreisverkehr. Wo führt die hier hin? Nur bis dort. Und dann hört sie auf. Dann wird sie zur 3. Geht die 20 teilweise weiter? Ja. Die 20 läuft über die 3 weiter. Alles klar. Das heißt, irgendwo spaltet die sich wieder ab. Von der 3. Und zwar an der Stelle hier. Gut. Und da ist auch einspurig. Das sieht doch gut aus. Das passt auch ganz gut von der Datenlage. Und hier geht die 20 auch wieder weiter. Und dann... Oh ja. Hier. Die Ecke. Die sieht doch gut aus. Hier ist der Fluss. Suspension Bridge. Das haben wir doch gelesen. So. Aber welche? Das weiß ich nicht mehr. Also irgendwo mitten hier drin sind wir. Kilometer 196. Das wird hier leider nicht angegeben. Aber wir haben die im Fluss halt direkt neben uns. Ist hier vielleicht ein Landmark? Das kann man nicht erkennen. Weil hier muss irgendwas sein, nicht? Hier fahren Leute hin. Weil irgendwas hier war. Das müsste also so ein Memorial Ding oder so eingezeichnet sein. Und der Fluss ist nördlich, weil unsere Straße Ost-West geht. Könnte hier sein. Könnte hier sein zum Beispiel. Aber einen Tunnel hatten wir zum Beispiel nicht. Dieses Stück. Hier ist er südlich. Hier wäre eine Stadt. Und hier wäre er auch südlich. Das heißt, wir können ja nur eigentlich in dem Stück hier sein, wo der Fluss nördlich ist. Gut, könnte auch der Kleine sein. Dann wären wir hier. Aber hier müssten auch ständig Tunnel kommen. Und so ein Ding hatten wir auch nicht. Und wir starten ja in einem Ort. Vielleicht ist das der Ort? Ja. Hier sind zwei Tunnel. Wir sind nicht durch Tunnel gefahren. Oh Mann. Das ist der Nachteil, wenn man die Schrift nicht lesen kann. Und das schon Runde 1. Das wird dauern. Kann keiner von euch taiwanesisch? Also original Mandarin? Weil was viele ja nicht wissen, die original asiatischen Herrscher von China sind nach Taiwan geflüchtet mit der Armee der Taiwan, also der original chinesischen Armee. Das heißt, Taiwan ist eigentlich China. Deswegen heißt es auch Republik China. Und das andere ist die Volksrepublik China, was wir eigentlich kennen. Und das ist eigentlich ein besetztes Land von Kommunisten, die das Land einfach übernommen haben, ohne einen legitimen Grund zu haben. Eigentlich ist Taiwan der Original-Rechtsspruchinhaber von China. Das ist historisch zumindest sehr interessant. Aber genauso wie in Ryssland wurden die alten Königshäuser halt eliminiert und vertrieben. Und deswegen haben die da auch so einen, ja, sag ich mal, so einen Konflikt. Und die sprechen hier das Original chinesisch. Mandarin. Traditionell oder so. Und das andere ist ja Simplified Chinese da auf dem Festland. Ja, die ganzen Straßennamen und Städtenamen und so helfen mir hier nicht. Vielleicht hier. Hier kommen auf jeden Fall viele Schilder. Damit können wir es auf jeden Fall eingrenzen. Irgendwas werden wir schon sehen davon. Guan Shan Shia Sang. Und das ist die 20 Blah. Die habe ich doch vorhin auch gesehen. Die ist hier. Shia Sang. Da sind wir. Und wir müssen jetzt hier sein. Das heißt, wir sind irgendwo eben hier gewesen. Hier muss, das ist der Botanische Garten. Nee, das war nicht der Botanische Garten. Und wir sind hier nicht durchgefahren. Das heißt, wir sind in diesem Dorf gestartet. Weil so weit sind wir nicht gefahren. Gua Shen ist vor uns. Passt sogar. Das andere kann ich nicht lesen. Jetzt die Schilder in der Gegenrichtung. Oh, 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 oh. Da. Als nächstes kommt Vulu. Ja, das haben wir nicht gesehen, Vulu. Wahrscheinlich einfach, weil ich es nicht lesen kann. Ja, dann hätte ich so eine Entfernungsidee, nicht? Das hier könnte Vulu sein. Ja, das hier ist Vulu, nicht? Von den Symbolen, ja, obwohl das zweite passt nicht. Glaube ich. Aber das erste passt. Hier ist Shiakshi. Das ist wahrscheinlich nicht eingezeichnet. So, wo ist ein Shiaksan? Hier ist Tainyan. Bulei. Wasik. Hier ist nichts eingezeichnet. Lison. Lyuku. Über die Namen von den Orten kann ich mehr herausfinden. Kjaxli. Aber das war es dann auch. Kulturzentrum. Grundschule. Und hier wären wir wieder Tunnel. Okay. Ich speichere mir den Ort mal ab und wir gehen zurück. Wir stehen hier auch an so einer Statue. Wir stehen hier auch an so einer Statue. Jetzt frage ich mich gerade. Warte mal. Ich muss mich mal ein bisschen zurücksetzen. Okay. Wir sind in diese Richtung unterwegs. Wir sind nach Südosten gefahren. Vom Start. Okay. Das heißt, das passt schon von der Ausrichtung hier. Dieses Dorf hat das Seitenstraßen. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Doch. Hat es. Da können wir auch reinfahren. Das Dorf ist nördlich von dieser Straße. Das heißt, das kann nicht das sein. Es gibt kein Dorf nördlich der Straße. Ähm. Ha. Hm. Bei das über der Fluss. Ja. Und da sind überall Tunnel, durch die wir nicht gefahren sind. Und die Straßen sind recht gerade hier. Wie soll denn das klappen? Vielleicht sind wir auch hier oben drin. Aber da stand ja vorhin auch 20 dran. Vielleicht sind wir hier. Aber ich bin ja auch nach Südosten gefahren. Sieht hier auch alles viel zu bevölkert aus für die Ecke, wo wir sind. Hm. Hm. Na, wir fahren nach Nordosten. Hier ist aber hier schon ordentlich was los. Dann geht's nach Norden, Nordosten. Norden, Nordosten. Hier sind immer Häuser links und rechts. So. Und hier ist Bulu Lidao. Und da unten Thousand Cross Island Highway. Und das heißt, die 20 geht irgendwo lang. Das heißt, wir sind nicht auf der 20 beim Startpunkt. Das heißt, wir könnten jetzt zum Beispiel hier angekommen sein. Dann stehen wir nämlich hier. Perfekt. Aber, das wäre eine Sackgasse. Und. Nach Südosten. Das heißt, wenn das jetzt eine Sackgasse wird. Stimmt, das war eine Sackgasse, nicht wahr? Nach Westen. Ja. Guckt. Dann stehen wir nämlich da. Und ich bin anders vorhin rausgefahren. Äh. Da, die Einfahrt kommt dort. Das heißt, da sind wir ein bisschen weg. Ich würde sagen, fast mittig, nicht? Und noch eine Straße nach links. Haben wir eine Straße nach rechts? Das könnte die Straße nach rechts sein. Oder eine Einfahrt? Ne, da fährt einer. Das ist eine Einfahrt. Okay, wir stehen also vor der Straße nach rechts. Dort. 16,99 Meter. Wir stehen ganz dicht an der Straße dran. Okay, das hätte ich jetzt so nicht gesehen. Ich meine, ich musste zwei Schritte zurückfahren, um an die Straße zu kommen. Aber wir haben die 6.000 Punkte geschafft. Ah, hier, weil die den Bogen macht. Deswegen bin ich nach Südosten gefahren. Alles klar. Ich habe mich nicht gefragt vorhin, wie kann ich denn von hier nach Südosten fahren, von der Stadt. Aber klar, ich bin erst auf die 20 und dann nach Südosten gefahren. Ja, aber blöd, nicht? Lidau und so steht hier nicht dran. Kann man nicht erkennen. Aber wir haben es trotzdem herausgefunden. Ich würde sagen, das war eine starke Leistung. Clap in den Chat. Sechs Likes haben wir schon. Wo die herkommen, können wir mehr hingehen. Die Anzeige funktioniert heute mal wieder nicht. Und gerne auch noch ein Abo da lassen. Und wir gehen jetzt weiter in Runde 2. Rein da. Wo sind wir? Ich würde sagen, fühlt sich nach Griechenland an oder so. Oder Osteuropa. Ach du Scheiße. Das sieht aus wie so Kosovo-Kriegsberichterstattungsbild. Eieiei. Ganz üble Ecke. Willkommen 1990, würde ich sagen. Und wann sind die Bilder? 23. Alter, was haben die denn für eine Kartoffelkamera bei Google beim Rumfahren? Ach du kriegst die Motten. Also hier ist ja... Alter Verwalter. Ist ja tiefster Kaukasus oder sowas. Die Straßenführung ist nicht eindeutig. Das springt hier die ganze Zeit hin und her. Eieieiei. Ne, so kann das ja nichts werden. Okay. Also die Runde Geotessic und hier ist Ende. Die ist ja wirklich für den Arsch. Also die erste Runde war schon schlecht. Aber das hier ist ja auch echt übel. Und hallo Mo, was musst du denn genau finden? Diesen Standort müssen wir genau finden. Ich kann mich hier nicht vor und zurück bewegen. Willkommen im Chat. Hallihallo. Hallöchen. Also es ist halt Geotessic. Sowas wie Geogesser. Für die, die das vielleicht erkennen. Okay. Wir springen hier einfach hin und her. Also das kann ich vergessen, hier herauszufinden, wo ich bin. Das macht gar keinen Sinn. Ich kann vielleicht den Ort eingrenzen, aber die genaue Stelle werden wir nicht hinkriegen. Nur wenn ich jetzt hier weiterfahren kann. Wow. Wow. Basketballplatz. Alter, was sind das für ranzige Startpositionen heute? Wir hätten die hinzugefügt zur Geotessic. Also da kriegt von mir auf jeden Fall einen Stern die Runde. Jetzt schon. Wenn wir jetzt in der Sackgasse sind, dann war es das für die Runde, würde ich sagen. Dabei haben wir Taiwan noch so gut rausbekommen, aber hier habe ich wirklich Bedenken, dass das überhaupt eingezeichnet ist. Ich meine, wir fahren hier über Sandstraßen, die sonst wo hinspringen. Also, das ist wirklich schwierig. Kein schöner Startpunkt. Hätte ich lieber wieder den in der Türkei auf der Autobahn. Okay. Scheint aber eine Moschee zu sein. War schon mal interessant. Vielleicht Albanien, Montenegro. Was haben wir denn bei den Kennzeichen? Kein Europa. Okay. Aber man, auch mit diesem Springen, dann setzt er einen fünf Meter runter. Das ist übel. Hier kommt keine gute Laune auf. Da haben wir Text. Arabisch. Okay. Das erklärt die Moschee. Tunesien. Oh Mann, ich will vorwärts fahren. Es gibt auf jeden Fall bessere Standpunkte als diese hier. Guten Tag. Wo die Traktorenfahrer selbst schon Militärjacken tragen. Da sind wir unterwegs. Willkommen. Willkommen. Okay. Okay. Gebäude sind nicht fertig gebaut. Oh. Das sah aber. Das sah gesund aus. Ah, der ist noch gut. Mit 80 Euro hat das Ding gut bezahlt. Das hält noch 20 Jahre. Oder 30. Oder 40. Okay. Hier haben sie immerhin schon überall neue aufgestellt. Warum sie den kaputt nicht auch neu gemacht haben? Wo verwendeten die denn gelbe Dinger? Habe ich noch nie gesehen. Es kann sein, dass das ein neues Land ist in Geotastic oder Geo-Google-Maps. Nicht wahr? Manchmal kommen ja auch neue Länder dazu. Ich frage mich, wo meine ganzen Geotastic-Shatter sind. Sonst haben wir hier 20, 30 Leute im Chat gehabt. Und 10.000 Zuschauer. Wo seid ihr? Heute kein Geotastic-Day. Es ist eine ganz schlechte Woche. Was Zuschauerzahlen angeht. Ungewöhnlich wenig. Jetzt hat er mich irgendwo hingesetzt. Hier kann man auf jeden Fall schnell abhanden kommen. Wenn die wenigstens eine Flagge hätten. Aber wir fahren auf eine Stadt zu. Vielleicht kriegen wir da mehr raus. Das Problem ist, wenn das alles arabisch ist, hilft mir natürlich dann nur ein Straßenschild oder so. Bedeutet, wenn wir sehr weit weg sind von der nächsten Straße, haben wir ein Problem. Also großen Straße, ne? Eine kleine Straße werden wir schon haben. Da geht es irgendwo hin. Ich frage mich immer, wie ordentlich die Länge des Striches zu. Das ist einfach nur ein Strich. Wie kriegt man das hin? Ich finde das total faszinierend. Wir fahren hier einfach mitten durch die Häuser. Ich glaube, ich habe selten schlechteren Startpunkt gehabt. Also zumindest von Steuerungsmöglichkeiten. Es fühlt sich an, als ob wir hier auch so halben Meter drüber fliegen über alles. Und immer seitlich über die Straße hinweg schweben. Kein schöner Standort. So, jetzt geht es hier nicht weiter. Jetzt fahren wir hier einfach durch die Pampa. Okay. Jetzt landen wir wieder auf einer Straße. Also wenn ich nicht wüsste, dass Iran nicht in Google Maps enthalten ist, würde ich sagen, wir sind mitten irgendwo im Iran oder sowas. Weil ich hatte schon mal bei TimeGaser so ein paar Bilder. Ah cool, jetzt können wir nicht weiterfahren. Das heißt, das ist alles, was wir kriegen. Doch, hier kann ich weiterfahren. Oh. Mein Gott. Wo fährt der denn hin? Der springt hin und her. Es gibt hier kein konstantes Bild gerade. Das ist wirklich... Also da muss irgendwas mächtig falsch eingestellt gewesen sein beim GPS. Und jetzt haben wir schon wieder bei irgendeinem Haus. Oh. Hat jemand von euch eine Ferienwohnung da? Weiß einer, wo das ist? Noch eine Moschee? Ah, ich glaube, jetzt bin ich aber rausgekommen aus diesem Dorf. Das sieht nach einer halbwegs großen, vernünftigen Straße aus. Oh Mann. Und er treibt seine Esel? Was sind das? Ziegen? Ponys? Das sind so Langohrziegen. Georgien? Könnte das Georgien sein? Tifilis? Nee. Aber wie heißt das da alles? Doch, Tifilis, ne? Ja. Jetzt werden wir wieder hochgesetzt. Vier Meter. Im Gegensatzin sind wir auf einer Hauptstraße. Das ist schon mal gut. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Moment dos, Tifilis. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh quiltett. Oh Mann. Oh Mann. Oh. Oh had we healthcare. Oh Alter. ich nur gerade ausfahre. Also. Ja, keine Ahnung. Berg Karabach oder was. Hier wird doch nirgendwo ein Hinweis kommen, wo wir sind. Jetzt bin ich wieder irgendwo falsch. Wartet. Back to previous position. Ich habe mich irgendwo falsch hingesetzt. Eben. So. Hier wollen wir lang. Das ist eine Katze. Katze. Aber okay. Ich wollte eine Weltreise. Ich kriege eine Weltreise, nicht wahr? Oh. Back to previous position. Okay. Man sieht ja nicht mal manchmal, wo es hier runter und hoch geht. Jetzt setzt er einen wieder hoch. Das macht echt nicht Spaß. Er kommt halt selber mit den Höhenunterschieden und den engen Straßen hier nicht klar. Das muss echt eine ganz enge Kiste sein. Okay. Oh man. Joom. Hm. Oh. Klick. 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 Weiter. Wir müssen weiter. Hier ist wegen so ein bisschen Sonne mal. Die Ecken da eben, wo wir waren, waren ganz schön depressiv, deprimierend, nicht wahr? Mit den kaputten, unfertigen Häusern. Ich frag mich bei sowas immer, ähm, wenn die Häuser so unfertig kaputt sind und da passiert nix und ihr müsstet da wohnen, würde ich mir nicht aus Holz Wingsinn Wände bauen? Also würde ich nicht einfach irgendwo illegal Bäume fällen gehen und oder mit Ästen Wingsinn mir irgendwie Schutz oder sowas machen? Also ich weiß sowas immer, also ich frag mich nicht, wenn ich Seven Days to Die spiele oder so, dann baut man sich ja auch sofort ein Shelter und aber hier in so einer offenen Betonruine wohnen? Ich weiß nicht. Da muss man, glaube ich, ganz hart im Nehmen sein. Es muss hier aber ganz neu in Google drin sein, das Land. Bin nicht der Meinung, hier jemals schon gewesen zu sein. Und von euch war wirklich noch keiner hier und kann mir da helfen, oder? Okay, jetzt sind wir wieder abgerutscht. Der rutscht da immer nach rechts. Der kann hier nicht gut die Straße halten. Das ist schlecht. Was macht er hier? Jo, will er uns füttern? Mh, hier einen schönen Löwenzahn. Jo, das lassen wir uns schmecken. Nom, 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 nom. Und jetzt fahre ich rückwärts, obwohl ich vorwärts fahren möchte. Oh. Also, das ist so eine Runde, wo ich am liebsten einfach gleich irgendwo hinklicken würde, weil es mir egal ist. Aber wir haben natürlich den Anspruch, es zumindest zu versuchen. Okay, wir haben Palm. In Georgien haben die auch kein kyrillisch, äh, kein arabisch, nicht? Da haben die kyrillisch. Aber wo gibt's Languhrziegen? Jordanien? Oh, Mann. Hm. Oh, jetzt sind wir in der anderen Stadt. Oh, das ist fast so schlimm wie in Griechenland. Jetzt fahren wir wieder durch die Häuser, halb. Jetzt haben wir wieder eine Auswahlmöglichkeit. Links, rechts. Jetzt sind wir in einem Haus. Sehr gut. Puh. Also, der, der die Google-Kamera hier gefahren hat, der muss ja betrunken gewesen sein. Und ich mein, wir können nur in die Richtung. Die andere Richtung, ähm, da ist zu, nicht wahr? Also, da können wir nicht weiterfahren. Das heißt, das hier ist das Einzige, was geht. Kennt jemand das Emblem? Nicht, oder? Eine Feuerwehr oder so. Hm. Da hoch oder da runter? Ist da eine Autobahn? Versuch mal runterzufahren. Vielleicht kommt da eine große Straße oder so. Ich mein, landschaftlich selber ist es ja nicht mehr so hässlich hier. Nur die Häuser, die alle unfertig sind, sind absolut ekelhaft, nicht wahr? Oh, Mann. Die Arm. Richtig Gitterstäbe und alles. Da, wir haben eine große Straße. Oh, das war die richtige Entscheidung. Also, die sieht zumindest befahrbar aus. Da können wir nichts lesen. Dann wollen wir jetzt ins Dorf zurück. Ja. Oder fahren wir raus? Ich mein, ich hab den Ort gespeichert. Wir können ja mal von hier aus starten. Globemate. Libanon. Okay, wir sind im Libanon. Okay, das ist wirklich neu. Da war ich noch nie. Shit. Okay. Also, Libanon sieht ganz schlimm aus. Zumindest die Hinterhöfe oder Hinterstraßen. Die haben Palm. Okay, das wissen wir jetzt auch. Mitten im Land. Okay, und die große Straße wird hierzu auch irgendeiner kleinen. Jetzt zumindest den Ortsnamen hier wäre cool, wenn wir den herausfilmen würden. War doch gerade ein LKW, der blaue, da. VintiSol Konenstraße 23 Lüftungsservice Warum steht bitte Lüftungsservice VintiSol aus der Konenstraße 23 mit Brandschutz im Libanon? Hm. Hm. Runnichop Okay. Pharmacy Christia Hier steht wenigstens immer was Lesbares dran. Das ist schon mal gut. Seemanns Station Und hier können wir nicht weiter in die Stadt. Da müssten wir aus der anderen Richtung ranfahren. Da hätten wir nach Norden weiterfahren können. Okay. Bedeutet von dieser Art hier raus Vielleicht kommt hier ein Straßenscheid in 80 Kilometern dies oder das Und inzwischen sechs starke Markigbewertungen auch wenn er hier nur drei anzeigt Stagniert heute Nicht mal zehn bis jetzt schlechter Start Da muss mehr gehen Mehr Herzen im Chat Ich brauche Unterstützung damit wir im Libanon herausfinden wo wir sind Ihr müsst eskalieren Das ist aber schon wieder ein großes Örtchen in was wir reingefahren sind Also die liegen echt eng bei eng beieinander Problem ist ich glaube das ist landschaftlich auch relativ ähnlich sodass wir anhand der Ausrichtung der Sachen auch wenig herausfinden können Hier kann ich nur wenigstens schon mal besser steuern nicht wahr Die meint sich auch überall Palm an die Wände interessant auch interessante Bemalung generell nicht das zieht sich komplett durch dieses Dorf diese komische Bemalung hat bestimmt irgendeine Bedeutung Vielleicht eine Familie oder so Und hier können wir nicht mehr weiterfahren Okay Das heißt Jetzt hätte ich auch Libanon gewusst Aber mehr kann ich nicht erkennen Das ist es Das sind alle Hinweise die wir kriegen Ich würde sagen das ist das Meer im Nordwesten oder? Ich würde fast sagen wir sind hier hinten in Beirut irgendwo Ganz ehrlich aber ich werde es nicht herausfinden Wir suchen uns jetzt hier irgendeine Eckregion raus hier zum Beispiel Wir sind in so einem Dorf Finish Da oben Also Das hätte ich niemals herausgefunden Hier konnten wir nicht mehr weiterfahren und wir sind Kuiach Karibat Bekasala Sung Ejo Shinja Okay Das ist ein Land was ich rausnehmen werde weil du kannst hier nicht herausfinden wo du bist außer du bist von da Das ist so ein Land Ne Das muss neu reingekommen sein Also ich war noch nie im im Libanon Meistens fahren die jetzt zuerst die Hauptstadt ab deswegen dachte ich wir sind da in der Nähe Aber ja nicht Also hier wäre ich auf die Straße jetzt rauf gekommen dann hätte ich es vielleicht noch herausfinden können Nicht wenn da da Haliba drangestanden hätte Aber wenn ich hier ständig unterbrochen werde und nicht fahren kann dann hat man halt keine Chance das herauszufinden Und das ist frustrierend Und das macht dann keinen Spaß für Full Pinpoint dieses Land Und hier sieht man nicht Wir sind ständig irgendwo reingerutscht Hier auch nicht Zack Die ganzen Straßenführungen hier auch die passen halt nicht Hier sind wir teilweise durch die Häuser dann gerutscht Auch hier Ähm Hier auch Da sind wir einfach gesprungen weil die Straße gar nicht da war oder so Das ist ungünstig Tja Aber ja Hier sieht man überall Häuser aber es hat nicht geholfen am Ende Und wo waren wir hier Berke Sala Ah gut Wenn man Arabisch kann kann man es vielleicht finden aber so nicht Und damit geht es in Runde 3 Mal gucken Ob die besser läuft Das sieht doch schon mal nach Osteuropa aus Rechtsverkehr haben wir auch Sehr gut So kann es weitergehen Ja Da Schrift Otomenica Vulcanica Oh die Vulkania sind hier Star Trek Long Live long and prosper Prosper Proper Ah ich kann das immer nicht aussprechen Ich kann doch das Ding nicht Könnt ihr das Ich krieg das nicht hin Dieses Spock Zeichen Ich müsste immer so machen Ich kann die beiden nicht aneinander kriegen Ich hab da gar nicht so viele Nerven Enden dass ich das irgendwie hinkriegen könnte Okay Fifty fifty Chance Ich entscheide mich bestimmt wieder für die falsche Richtung Und am Ende wäre in der anderen Richtung sofort der Hinweis gewesen Aber das kennen wir ja schon von mir Dass ich das nicht ordentlich hinbekomme Restaurant Biblio Spezialité Sarostija Ah Auf jeden Fall besprayt wie in Deutschland Das passt schon mal Und müsste Europa sein nicht also EU Zumindest haben alle Autos EU Kennzeichen Hm Was haben wir hier Gerdanji Milan Witsch Hydro Latschi Ah da steht irgendwas Was hat er denn da als Anhänger gehabt Was war da das Hä Hä Eine Dampfmaschine Warte mal Ist das ein Grill Hier kommt Kohle rein Das wird zu Dampf Der macht irgendwas Und da kommt Treibstoff rein Der verbrannt wird Ist das sein Motor Bitte Sehr Bergwürdig Deswegen Deswegen Das Spiel Auch Genauso Wie Man Einfach Ein Boot Am Rand Findet Obwohl Hier Nicht mal Wasser In der Nähe Ist Oder Wir Wissen Es Nicht Vielleicht Ist Dahinter Auch Das Meer Dann Würde Es Sinn Ergeben Aber Einfach Ein Boot Nicht Einfach Straßenrand Zum Mitnehmen Gratis Von Wann Sind Die Bilder Aus Den Neunzigern 2015 Sind Wirklich So Alt War Eigentlich Ein Witz Die Bilder Sind Neun Jahre Alt Die Leute Hier Wissen Noch Nichts Von Corona Und Co Sehr Gut Das Waren Noch Andere Zeiten Da Jelma Most Können Wir Da Einmal Dichter Ran Gardinen 23 Bis 100 Quadratmeter Hm Aber Hier Könnte Dran Stehen Ein Ort Krankenhaus Borkavich Okay Ist Doppelsprachig Das Heißt Wir Sind In Serbien Würde Ich Mal Ganz Stark Von Aus Gehen Gerade Oder Zumindest Ganz In der Nähe Bulgarien Könnte Auch Noch Sein Da Ist Das Schild Das Schild des Glücks Ur Hetab Wo War Ur Hetab Ur Hetab Das habe Ich Schon Mal Gelesen Beropa Das Wege Ist Da Das Geht Nach Osten Dann Sind Wir Wieder Hier Bei Novi Sat In der Ecke Wahrscheinlich Oh Hepa War Wau War Dau Aber Nicht Bei Plattenburg Da War Ich Auch Schon Mal Plankenburg Das Habe Ich Ewig Gesucht Da Ist Ein Kreisverkehr Da Steht Nur B Punkt Burg Oder Sowas Oder PB Da Muss Man Erstmal drauf Kommen Wabau 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 Hier Wabau Das Ist Westlich Von Uns Das Ist Östlich Von Uns Das Heißt Wir Sind Dazwischen Zwischen Sabak Und Belgrad Es Gibt Keine Direkte Straßen Verbindung Die Die Beiden Verbindet Deswegen Würde Ich Fast Sagen Sind Wir In Ruma Kann Das Sein So Und Nach Süden Geht Es Aber Warte mal Ne 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 Westen Osten Nach Süden Würde Das Ja Sonst Gehen Dahin Die Einzige Straße Die Zwischen Beiden Wäre Die Oder So Nach Süden Geht Es Nach Uhepa Uhetab Und Dieses Komische X Oh Das kann Sonst Wo Sein Nicht Das kann Nur Ein Kleiner Ort Sein Wir Wissen Auch Die Entfernung Nicht Das Wurde Natürlich Helfen Wir Fahren Mal Weiter Wir Fahren Mal In Die Andere Richtung Da Muss Ja Auch Dran Steht Genau In Welche Richtung Es Dahin Geht Nee Tut Natürlich Nicht Wow Hier Steht Nur Dran Hier Geht Zum Krankenhaus Lokal Das Hilft Jetzt Nicht Wirklich Weiter Uhetab Ach Das Heißt Einfach Nur Center Nicht Uhetab Ah Stimmt Da Oder So Boah Mann Da War Ich Nämlich Im Belgrad Zentrum Und Ich Hab Die ganze Zeit Uhetab Dings Da Gesucht Ey 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 Sag Ich Euch Da Habe Ich Fast Zu Tode Gesucht Aber Wenn Man Es Einmal Weiß Dann Fällt Es Auf Jeden Fall Schneller Wieder Ein Hilft uns Trotzdem Noch Nicht Zu Wissen Wo Wir Sind Muss Aber Ein Größerer Ort Sein Nicht Jemand Der Brunnen Hat Mit So einer Statue Das Kann Nicht Ein Kleiner Ort Sein Ist Auch Recht Hoch Gebaut Nicht Zwei Drei Gebäudestufen Rad Rad Fahrer Autofahrer Alte Gebäude Wir fahren Mal raus Da muss Ja Dran Stehen Irgendwas Tankstelle Gleich Sind Wir Draußen Hoffe Ich Oder Die Ist So Groß Dass Wir Hier Nur Im Park Sind Das Kann Natürlich Auch Sein Und Schon Acht Mark Bewertungen Wichtig Und Richtig Jetzt Kommen Wir Langsam Der Sache Näher Mit Den Zehen Nova Siremi Sask Gulu Das liest sich ja Polnisch Und Tschechisch Aber Hier ist Auf jeden Fall Auch schon Herbst Finde ich Immer Schön Wenn man So Eine Eigentlich Fahren Fährt Ja Google Nicht Also Die Fahren Eher Im Sommer Nicht Und Wenig Im Herbst Und So Aber Ich Find Die Herbst Bilder Immer Sehr Ansprechend Beim Rumfahren Hier ist Ein Zuggelände Riesiger Baukram Zug Oder So Hier sind Wir Auf Ende Station Aber Guck Mal Was Wir Gefunden Haben Thomas Die Eisenbahn Sie Ist Noch Da Eisenbahn Museum Oder So Muss Hier Sein Cool Das Heißt Aber Auch Hier Geht Es Nicht Weiter Ähm Oh Ich Hab Mich Ein Bisschen Zu Weit Zurück Gesetzt Aber Es Hilft Mir Nicht Mein Ort Zu Finden Nicht Wenn Ich Den Anderen Ort Da Nicht Identifizieren Kann Ah Guckt Genau Das Meine Ich Wäre Ich Vor Zehn Minuten Um Gedreht Hätte Ich Diese Schick Gefunden Hobben K Hobben K Das Sagt Mir Doch Was Hobben K Ist Nur Wie Satt Aber Wie Kann Das Da Westlich Liegen Und Das Da Östlich Und Nicht Beides Südlich Das Macht So Gar Keen Sinn Oder Es Gibt Noch Ein Wabau Hier Oben Das Kann Natürlich Auch Sein So Aber Nach Zentrum Geht Nach Südosten Bedeutet Wir sind Hier Vielleicht Bei K Welche Straße Ist Da Kann Ich Das Sehen Ne Wobei Die Straßennummern Hier Eh Nichts zum Aussagen Sind Nicht Okay Mit Dem Bus Will Ich Nicht Fahren Ziemlich Voll Ich Weiß Auch Früher Wenn Ich An Bus Heitestelle Vorbei Musste Ich Hatte Ja Einen Kurzen Schul Weg Und Alle Zum Bus Das War So Unangenehm Ich Hab Nie Verstanden Warum Bus Unternehmen Es Nicht Hinkriegen Wenn Sie Wissen Dass Um 15 Uhr Schule Aus Ist Zwei Bus hintereinander Fahren zu Lassen Oder Ein Schulbus Und Bus Für Alle Andere Menschen Das Hat Mich Schon Damals Genervt Als Jugendlicher Weiß Nicht Wie es Euch Da Geht Aber Ich Fand Das Prinzip Was Amerika Mit Schulbussen Die Die Schüler Nach Hause Fahren Interessante Sache Nicht War Ohne Dass Die ganzen Eltern Zur Schule Karren Müssen Mit ihren SUVs Andere Kinder Tot Waren Oder sowas Äh Finde Ich Eigentlich Ja Hätten Wir Hier Auch Einführen Sollen Das Wär Was Hier Wesen Aber Stattdessen Bauen Wir ÖPVN Auch Ab Weil Wir Es Gönnen Habt ihr Da Von Portugal Mitbekommen Oder War Glaublich Portugal Nicht Die Das Quasi Das Ticket Was Sie Hatten Jetzt Noch Günstiger Gemacht Haben Okay Also Irgendwo In Dieser Ecke Also Wir Sind Jetzt Hier Drinnen Ich Weiß Nur Nicht Wir Können Östlich Gar Nicht Hier Reinfahren Sind Wir Vielleicht Jetzt Hier Gerade Drinnen Dann Wären Wir Hier Raus Gekommen In Irgende Weise Aber Auch Nicht Das Würde Nicht Passen Dann Wären Wir Hier Raus Gekommen Das Könnte Sein Das Hier Passt Nicht Dann Sind Wir Eben Nach Hier Durch Gefahren Oder Oder Hier Durch Ja Da Ist Auch Dieses X Ah Da Waren Wir Drinnen Oder Zumindest Habe Ich Das Gesucht Shit Ich Geh Nochmal Zum Startpunkt Also Wir Haben Eine West Ost Ausrichtung Und Zwar Fast Komplett Ein Bisschen Nach Norden Gekippt Und Dann Kommen Wir In Die Große Straße Ran Das Habe Ich Mir Ja Hier Abgespeichert Ich Hoffe Das War Der Punkt Ja So Und Dann Fahren Wir Nach Süden Dings Also Wir Sind West Ost Dann Kommen Wir Aber Dings Wo Es Nach Westen Nicht Weiter Geht Das Kann Also Nicht Das Sein Wir Haben Auch Kein Kreis Verkehr Ja Und Wir Sind Direkt An der Großen Straße Hm Vielleicht Nee Hm Ich finde Keinen Ort Der passt. Oder wir sind noch weiter von Novi Sat entfernt, aber glaube ich gar nicht. Vielleicht drehen wir uns auch irgendwie irgendwo. Vielleicht sind wir auch so dicht, dass ich schon wieder denke, ich bin außerhalb und wir sind eigentlich hier am Rand oder so. Aber das Feld ist viel zu groß, nicht? Und die Strecken viel zu weit. Wir könnten hier zwischen sein. Wir fahren nochmal nach Osten jetzt. Oder? Warte. Nach Osten müssen wir fahren. Okay, ja. Nicht, dass ich wieder in die gleiche Richtung fahre, weil da war schon wieder der Radfahrer. Aber irgendwie haben wir den dreimal überholt schon. Hallo, euer Radfahrer. Und da kommen wir nämlich auch auf eine größere Straße. So, das heißt, wir haben nämlich so eine Ecke, wo wir gar nicht weiterfahren können, großartig. Irgendwo. Wir haben aber eine große Straße auf der einen Seite und eine nicht so große auf der anderen Seite. Und wenn wir könnten hier sein, dann fahren wir durch den Ort nämlich und danach aber dann hätte er nicht nur wie satt gesagt. Gut, wir könnten hier in sowas könnten wir sein. Ja. Und dann sind wir eben hochgefahren, aber da kam ja auch kein Ort. Wie finden wir heraus, wie der Ort heißt? So ein Scheiß. Okay, jetzt fahre ich mal hier nach Süden. Warte, da vielleicht auf dem Bauschild. Wo war's? Ich hab's doch gerade gesehen. Da. Oasa. Ja, man kann's nicht lesen. Blöde Zoom-Stufe. Abgegne Vorfahrtsstraße. Jetzt fahren wir weiter nach Osten. Wie heißt das Gebäude hier? Das Hotel? Piktopamea Bo. Jurassic Park Truck? Das wieder eine Zeichnung. Agroking. Belle Teeunke. Naja, Problem ist, dass der Dings im Weg, nicht? Der Busch. Ungünstig. Hm. Also die Runde war auf jeden Fall richtig hart. Wir sind schon, wie lange unterwegs? Stunde, fünf Minuten. Okay, ich geb mir noch fünf Minuten, dann müssen wir das hier abschließen. So. Wie, was ist jetzt passiert? Wir sind auf einmal in einer großen Stadt gelandet nach Osten. In riesigen Gebäuden. Okay. Wir müssen in Novi Sat direkt sein. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Und jetzt sind wir nämlich schon wieder in der großen Straße. Nur von der anderen Seite. Eben sind wir von hier gekommen. Und in die Richtung gefahren. Aber jetzt kamen wir aus der Richtung. Wie bin ich denn vorhin gefahren? Dann bin ich vorhin da weiter gefahren. Und wir sind hier irgendwie wieder zurückgekommen. Wir sind aber auch da an die Straße gekommen. Wenn man Wings in irgendeinem Laden oder so identifizieren könnte, nicht? Aber hier PS Hm. Weiß ich nicht. Post Office. Railway. Okay, die Railway liegt im Süden. Das Zentrum liegt im Osten. Also sind wir eher hier vielleicht. Vielleicht hier zwischen diesen großen Straßen oder zwischen denen. Aber wir brauchen ja eine große Straße vielleicht hier. Boah. haben wir einen Straßennamen. Das ist ja auch eine Sache, nicht? Einen Straßennamen werde ich nicht finden. Nur mit viel Glück. Hm. Blöd. Was hat ich bräuchte eine Entfernungsangabe? Hä? Jetzt ist das Center nach Westen. Wie kann denn jetzt das nach Westen sein? Hä? Hier ist das Center nach Süden. Hä? Wie kann denn das Center nach Süden, Osten und Westen sein? Da müssen wir genau im Zentrum sitzen. Das kann doch nicht sein. Haben wir hier einen Straßennamen? Olitscha Vino Gratzka. Gut. Das werde ich jetzt nicht sehen, nicht? Vino Gratzka. Vino Slelova. Oh, ich dachte gerade. Vino Skikova. Und ich habe ja gesagt, eher in die Richtung. Wie, Vuko. Oh, die haben alles mit V. Vuko La Letscher. Ich dachte, was mit V erkenne ich besser daraus. Nee. Ich meine, die Straße bin ich schon mal lang gefahren. Die würde ich erkennen. Das, also die hier bin ich wirklich von hier nach da gefahren. Da kommen Baufahrzeuge, da kommen Transporter, Etc. Die können, da können wir nicht sein. Wir fahren ja so oft eine Straße zu, die so geht, wo es nicht mehr weiter geht. Wir können nur Nord-Süd. Und wir haben keine Kreisverkehre gehabt. Ja. Andererseits ist die Straße jetzt auch nicht so groß, dass ich sie als doppelspurig bezeichnen würde, nicht wahr? Das heißt, es kann auch so eine einfache dickere sein. So was hier vielleicht. Okay, wenn wir hier nochmal starten, hier, die geht nach Nord, Nordost. Also so. Und wenige Straßen gehen hier so. Die Stadt hat eigentlich eine andere Ausrichtung. die hier geht so, aber die hier Kreisverkehre. Andererseits, das Bild ist von 2015. Das heißt, das kann sein, dass die hier einen Kreisverkehr gebaut haben. Dann wären wir nämlich hier drin und das würde Sinn machen. Die kommen hier gar nicht rauf, weil das eine Autobahn ist. Und die Kreisverkehre, warum brauche ich hier einen Kreisverkehr, wenn man da nicht rauf fahren kann. Okay, dann ist das schon mal, na gut, aber wir können es ja umgebaut haben. Kerner, Kroska, Mischka, Adrenkempfka, Akufna, Kolumfka, Vadriana, Latikova, Latikova, hmmm, ansonsten geht die halt noch nach Nordost, aber hier sind keine Dörfer oder Städte oder irgendwas dran. und die hier ist nicht außerhalb genug, ich meine hier ist nur Feld, also Richtung Westen haben wir keine Stadt, Richtung Westen und Nordwesten. Also passt die Seite schon gut. Ich meine wir können hier auf der hier landen oder sowas. Und ich meine wir fahren relativ lange Süd, das ist ja auch noch ein Problem. Hier wären wir direkt am Wasser, wenn ich nach Süden fahre, das passiert nicht, nach Süden kommen wir hier hin und dann sagt er mir irgendwie alles führt nach überall hin. Schwierig. Jovanikova, Flattito Kovar, auch die Schienen und sowas kommen ja nie hier. Ein Ortsschild haben wir nicht gesehen, weil es alles nur wie satt ist. Auch die kleinen einzelnen Dinger nicht. Blöd. Und jetzt fahren wir auch schon wieder rein. Wir haben hier vorne einen Bogen gemacht. Das heißt, das Dorf mit der Straße geht auf der Seite rum. Das könnte hier sowas sein. Also wir stehen hier, kommen hier nicht weiter, fahren hier wieder rum zurück, landen wieder hier. Sowas dummes kann das sein. Das bedeutet, wir haben eigentlich eine Straße hier. So. zum Beispiel hier sowas. Ist jetzt nicht ganz passend. Die wäre von der Ausrichtung besser, aber würde halt nicht mehr weiter gehen hier nach Norden. So sowas was hier. Dass wir hier gegen fahren und dann da oben. Dann fahren wir hier wieder zurück und kommen auf die. Das könnte sein. Aber unsere Flatterner Kofka gibt es hier nicht. Die hier führt auf eine große. Das wäre nicht der Fall. Hm. Blöd. So und dann kommen wir wieder in diese Gegend. Ich fahre jetzt immer mal nach Norden. Da kommen wir auch wieder an einen Rand. So und nach Norden geht es auch nicht weiter, aber wieder nach Westen. Unsere andere Straße ging ja nicht weiter nach Westen. Und da sind wir auch in der Ecke. Also hier ist wirklich auch nur Feld. Hübsche Ecke, aber nur Feld. Das heißt, wir haben immer wieder die gleiche Situation. Norden geht nicht weiter. Tja, ich weiß auch nicht. ich weiß ja auch nicht. Dann fangen wir wieder nach Norden. Und dann haben wir wieder die Situation. Und jetzt kommen wir aber auf eine richtige Landstraße, nicht wahr? Okay, das ist eine richtige Landstraße und die geht nicht mehr weiter. Das heißt, die würde uns nach Novisat rausführen. So, das könnte die hier sein. Dann müssen wir hier drin sein. Das ist aber hier fehlt der zweifache Nord-Süd Problematik. Wir müssten zwei so Beulen haben im Osten. Aber ob es die heutzutage noch so gibt, das ist die Frage. Nova 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 Branka Nova Produnzka Granica Granica Also wir kommen hier hin, können nicht mehr, rechts hoch, gehen wieder rum, geht nicht zurück. Das heißt, wir brauchen zwei so eine Beulen und dann eine einzelne Straße. Wir können eigentlich nur hier drin sein. Das ist zu bevölkert. Okay, ich fahr mal, ach, ich kann ja nicht weiter. Ha. Das ist schwierig. Das hier ist auch wieder die falsche Richtung. Vielleicht irgendwas mit den Sachen hier zu tun. Dimitrovika Okay, äh, ich werd's jetzt nicht finden. Dadrijoschka, äh, finish. Okay, wir sind nicht in Novisat. Ah, da kann ich ja noch tausendmal rumfahren, nicht wahr? Das macht ja gar keinen Sinn. Ah, da stand doch Novisat Zentrum dran. Also, warum geht Novisat Zentrum Nord, Osten, Süden, Westen? Also, Serbien, da passen die Schilder einfach gar nicht. Das ist der Bahnhof. Okay. Und die Stadt, also hier war doch nur Feld. Wieso, wir sind nur durch die Stadt gefahren. Ich bin doch nur an Feldern vorbei. Wie kann das denn nur Stadt gewesen sein? Das versteh ich nicht. Das ist krass. Na gut. Final Resort, 17.454. Keine gute Runde. Eieieiei. Aber auch scheiß Startpunkte gewesen, nicht? Wir waren in Taiwan, 21 Minuten. Wir waren im Libanon, 21 Minuten. Und 33 Minuten in Serbien. Eiski Beiski. Bis dann.